Willkommen zurück zu The Wolf Among Us und ja, wir haben zuletzt mit Mr. Todd in seiner Wohnung geredet, der erstmal verheimlicht hatte, dass da Diddle Dumm und Diddle Die wohl drinne waren, die ich schon immer blöd fand aus Alice im Wunderland. Was haben wir hier? Direkt mal wieder reinschauen ins Fenster. Oh oh. Oh oh, okay. Wir sollten da anscheinend echt dringend jetzt mal reingehen, denn jetzt wollen wir zu Prince Lawrence, dem Mann von Faith. Die gestorben ist und er weiß es vielleicht noch nicht. Hat sich aber in einem Brief, den wir bei Todd gefunden haben, entschuldigt für irgendetwas. Dass wir noch nicht wissen, wofür. Und keiner merkt, dass die Tür offen ist. Wir gehen rein. Was soll das? Getue. Keiner merkt, dass die Tür offen ist und da drinne voll die Leiche ist, denn wenn es so stinkt, ja, dann ist da schon jemand tot. Oh mein Gott. Snow, hol Hilfe. Bleib wach, Mann. Du kommst wieder an einem Bleib wach, Mann. Hey, hey, bleib mit mir, Lawrence. No, no. Lass mich gehen. Was ist das, was du uns erzählst? Was? Was? Der? Bigby, Wasser. Kuchen. Okay. Gehen wir mal zur Küche. Wo ist die denn? Da. Ja, geh da bitte hin. Brauchen wir nicht irgendwie Lappen oder so? Na gut, wenn das reicht. Zum Trinken schon, aber nicht zum Wunden säubern vielleicht. Was ist passiert? Wer hat dir das angetan? Hast du Faith wehgetan? Was ist passiert? Faith. Ah, super. Do you still have that letter? Yes. It's only two words, but he died without seeing them. I'm sorry. We need to figure out what happened here and find whoever did this. Na ja, ein Track im Märchenbuch freigeschaltet. Ich schaue mich aber trotzdem erstmal hier um. Messer. Was ist bloß hier passiert? Viel konnte er leider nicht mehr sagen. Ich habe mir das gemacht. Vielleicht sollte ich hier erst kommen. Es ist scharf. Und es ist Blut auf dem Blatt. Ich verstehe einfach nicht. Ich verstehe nicht. Warum würde jemanden wollen, um ihn zu töten? Tja, vielleicht hätten wir zuerst hierher kommen sollen. Aber, na ja, aber auch nur, damit er vielleicht noch mehr vielleicht dann gesprochen hätte. Hm. Doof. Aber weiß man ja vorher nie. Ja, so lange liegt er jetzt hier schon. Fingerprints? They'll be on the grip and the trigger. That doesn't really help. What are they? Prescription sleeping pills. Auch das noch. Was haben wir hier? Eine Patrone, Patronenhülse. Das ist der Kaliber des Schraubens auf dem Boden. Ja, wäre auch komisch, wenn nicht. So, wo ist mein Steuerkreuz? Verschwunden. Können wir uns die Sachen angucken? Nein, wir immer nicht. So, also das haben wir gemacht. Was haben wir hier an der Wand? Sich selber erschossen? Mhm. Was zum Beispiel? Finden wir das im Schrank? Kann er sich das Blut noch genauer anschauen? Sagen, wie alt das ist? Mhm. Aha, also noch nicht so alt. Okay, da war das Bett. Was haben wir denn hier? Ja. Oh, Mann. Schrecklich, aber spannend. Okay, gehen wir nochmal in die Küche. Da waren wir ja nur kurz drin, um Wasser zu holen. Was haben wir hier? Okay. Ja, was stand denn da jetzt? Hm? Okay. Gut. Ich hoffe, ihr habt es auch halbwegs lesen können. Wasser, ist da noch was? Kann man die Zettel hier auch lesen? Nee. Mal Wasser holen. Haben wir dann alles hier angeguckt? Ja, aber ich weiß nicht, ob es geholfen hätte, wären wir etwas früher hierher gekommen. Ich weiß es nicht. Hier beim Sessel vielleicht irgendwie noch was bei ihm. Vorsicht, können wir ja leider nichts sehen. Na gut. Da anscheinend auch nicht und oben irgendwie auch nicht. Hm. Das Einschlussloch brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Gut, dann gehen wir raus. Nee, den Schrank haben wir noch nicht geöffnet. Der war da noch die ganze Zeit drinne. Oh. Und das war auch der Typ bei Todd. Das war bestimmt irgendein Didel-Dum-Diedel-Dye-Typ. Hey! Stopp! Lass mich allein! Okay. Ich nehme mal... Ach, die wackelt noch. Links. Nein! Die andere wollte ich nehmen. Warum hast du die genommen? Oh. Jetzt ist er da. Ja, natürlich ist er mir entwischt. Wollte ich auch eigentlich die andere Tür nehmen. Doch, wie gesagt, die drei wackelt noch. Ah! Schön, dass mein Controller nicht reagiert, wenn ich RT drücke. What the fuck? Au! Au! Hat auch nicht geklappt, ne? Ich verkack's hier gerade voll. Och, bin ich bei ihm gelandet? Faktisch! Ja, doch mal sein Gutes, wenn man's verdödelt. Warum bist du weggerannt? Was hast du dort gesucht? Wer bist du? Was hast du dort gesucht? Wer hat das denn getan? Ja. Wer bist du? Was hast du dort gesucht? Wer ist dein Boss? Ja, ja, ja. Na, klasse. Lass mich einfach liegen. Wo sind sie hin? Where'd they go? Well, after the one guy hit you and the other one finished kicking you. That explains the ribs. Then they jumped into a car and drove off. Come on, get up. Guess we're out of options. Dee mentioned the trip trap. Then that's where we'll go. I'll call a cab. I can't. Ich bin nicht so lecker. Hey! Every time I think I'm getting a handle on what's going on, things just get more complicated. It feels like we're always a step behind. Hm, wenn wir das mal wüssten. Die, der Holzfäller, ihr Ehemann. Meer. Blaubart, der Zuhälter. Hm, Blaubart. Es ist ein unkomfortabeles Gefühl. Wir haben noch nicht mit ihm gesprochen, aber, äh... Sag mir, ich glaube nicht, dass irgendwas mich an diesem Punkt überraschen würde. Ich fühle mich, dass Bluebeard etwas mit dem zu tun hat. Ich hatte die gleiche Verständnis. Ich weiß nicht, wie oder warum noch, aber wenn du fragst, das ist sein M.O. Es gibt noch viele Fragen. Wir finden den Waldfächer, finden wir, was er weiß, und dann gehen wir von dort. Das macht Sinn. Das ist wahrscheinlich die beste Beziehung. Immerhin ein Glückstreffer. Danke für deine Hilfe. Gute Arbeit. Nicht so schlecht, wie ich dachte. Gute Arbeit. Ich wünschte, dass es nicht mehr war. Süß. Sorry. Es war nicht wichtig. Du zuerst. Geh' bitte. Ich wollte nicht, dass du dich auskürenn. Nein, es ist... Es ist nichts. Ich habe nur... Verwärts zu sehen. Ich habe es nicht mehr gedacht. Ich habe es nicht mehr gedacht. Ich habe es nicht mehr gedacht. Wir sehen uns so viel Zeit. Ich habe es nicht mehr gedacht. Du tust dein Bestes, Crane, unternehme etwas, du tust dein Bestes. Ich weiß nicht. Es ist nur ein verletztes System. Die Fables, die durch die Rückseite kommen, wie Bluebeard, haben wir alle Zeit in der Welt für sie. Sie versuchen, durch die Rückseite zu kommen, durch die richtigen Channels zu fragen, ob etwas, um Hilfe zu tun. Nun, ich schaue dich weg. Jetzt sind es etwas weniger, als es noch nie gewesen ist. Das ist nicht wahr. Du machst das schon, vielleicht kannst du kündigen. Was für einer Gasse sind wir denn jetzt gelandet? Wenn ich die erwische, diese Diddle Dumms und Diddle Dice. Immer, du auch. Mach dir keine Sorgen. Und feck ist sie, die schöne Snow. Aber die sehen wir bestimmt noch wieder.